Ja Leute, damit willkommen zu einem ganz kurzen neuen Video und da geht es heute um eine neue Phasenaufgabe aus EP Rauschwoche 3 und zwar Sammle Holz, Stein oder Metall. Hierbei müssen wir einmal 1000, danach 1500 und danach 2000 Materialien sammeln und den besten Ort, um diese Aufgabe schnell zu lösen, zeige ich euch in diesem Video und ich kann euch auch direkt empfehlen, geht dafür in die Gruppenkeile und dort sehen wir uns dann gleich. So, jetzt bin ich hier auch schon in der Gruppenkeile und ich werde euch jetzt den besten Ort für diese Aufgabe zeigen. Davor könnt ihr noch gerne ganz kurz ein Abo hier lassen, ihr seht hier wirklich immer alles rund um Fortnite und ich lande es mal ganz kurz bei dem Ort. Und zwar meine ich ganz genau das Lockjam Sägewerk, welches hier direkt dem Weeping Woods ist. Hier gibt es wirklich ultra viel Holz, man kann die Aufgabe hier sehr sehr schnell machen, denn ihr seht schon, hier gibt es überall extrem viele Paletten und in der Gruppenkeile kriegt man sogar noch mehr Holz, denn hier kriegt man halt allgemein mehr Materialien und ihr seht schon, ich kriege hier extrem viel, also könnt ihr hier die Aufgabe wirklich am besten machen, es gibt keinen besseren Ort für die Aufgabe als diesen Ort hier. Schaut mal, ich habe jetzt schon über 500 Holz, also es geht hier wirklich ultra schnell, bei der ersten Phase braucht ihr hier einmal 1000, danach 1500 und danach 2000 und ich finde das geht hier wirklich am schnellsten, weil mein Holz ist eigentlich jetzt schon so gut wie voll und mein Holz ist jetzt voll, also könnte ich das ganz kurz wegschmeißen und dann hier weiter farmen. Also wie ich finde, ist das wirklich der beste Ort hier, geht auf jeden Fall hier hin, ist auf der Karte ganz genau hier. Das ist das Lockjam Sägewerk, direkt neben Sloppy Swamp und Weeping Woods und hier ist wirklich ultra viel Holz, so könnt ihr die Aufgabe ganz entspannt machen. Falls ihr aber Metall oder Stein sammeln wollt, geht nach Coral Castle, hier gibt es sehr sehr viel Stein und sehr sehr viel Metall, gibt es hier zum Beispiel in Sloppy Swamp, aber ich finde hier der Ort wirklich am besten, denn man kann sowieso aussuchen, was man sammelt, also nehmt am besten einfach Holz, ist dann wirklich am schnellsten. Ja, das ist auf jeden Fall wie ich finde der beste Ort und das war es auch schon mit dem ganz kurzen Video hier, lasst gerne einen Daumen nach oben da, bis dann und ciao. Ciao.